Hier sind drei Tipps, um Geld zu sparen. Erstens, überprüfe deine Einnahmen- und Ausgabensituationen. Oft hat man zum Beispiel mehrere Abos gleichzeitig laufen, die man nicht alle benutzt. Zweitens, lass deine bestehenden Versicherungen, Strom- und Gasverträge überprüfen. Oft sind die Tarife alt und durch eine Umstellung oder einen Wechsel lässt sich bares Geld sparen. Drittens, verwende eine Zwei-Konten-Strategie, um deine Rücklagenbildung zu automatisieren. Melde dich bei mir, wenn ich dich im Rahmen eines Finanzcoachings unterstützen kann. Und ganz wichtig,